hallo liebe monagoristen einen schönen guten tag auch von mir wir haben für euch heute was ganz schönes dabei von early fish ein bademantel für eine kleine prinzessin genau für eine kleine prinzessin unbedingt wir haben hier die farben grün rosa pink kann man fast sagen ja und hier was ist das curry oder mango mango sagen wir mal schöne farbkombination wir haben wieder 100 prozent bio baumwolle sehr schön auch wieder mit den schönen liebevoll gemachten applikationen fischprinzessin wir haben hier gürtel natürlich gürtel schlaufen kleines täschlein natürlich eine kapuze braucht man beim bademantel alles da genau die kleine prinzessin rein kuscheln nach baden und fertig auf jeden fall viel spaß damit bis bald ciao